Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Iso Regen, es geht wieder weiter und... Pfff, 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 ja schlechter Start, aber egal. Ähm... Ja, das letzte Mal haben wir hier... ...irgendwas gemacht, heh heh. Hier haben wir sehr viele Mäge getötet und da kann ich mich noch erinnern... Sind wir hinten jetzt schon... Ach ja, genau da hinten haben wir gerade unsere ganze Verbündeten... ...mehr oder weniger verloren. Ich könnte mal kurz gucken, wieviel das Upgrade kostet für die Rüstung. 1.000 Euro, das sollte ich bald haben. Jetzt haben wir einen Schlüssel gekriegt, der hier hinten was Neues öffnet. Also gucken wir mal kurz. Ich glaube ich bin komplett falsch gelaufen. Äh, hier hinten war ich aber noch. Oh, ne... Das ist viel zu viel, äh, 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 äh... Ich will gerne wieder aus dem... ...todeslocher raus. Oh! Waffen-Upgrade. Äh, ich habe kürzlich ein anderes Spiel gespielt, bei dem die Steuerung ein wenig anders ist. Habe wieder gedacht, dass bei einem anderen Spiel die Steuerung ein wenig anders ist. Aber deswegen... ...bin ich jetzt momentan, muss ich wieder am einfinden, welche Taste was macht. So, jetzt hat sie doch alle Gegner besiegen, die ich sehe. Ah, ne, nicht schon wieder hier. Ups. Ja, das sieht so... ...interessant aus. ... ... ... ... ... ... ... Okay. Ah, ich bin Level abgekriegt, okay, dort hinten geht es weiter, hier rechts geht es vermutlich auch weiter, da muss ich noch zurückgehen, da gibt es auch noch mehrere Wege. Ich bin doch einfach irgendwo eine verschlossene Türe. Ich finde das so viel angenehmer als offene Türen. Aus natürlich finde ich weiter, da bin ich offene Türen ganz krachtig. Wow. Ich sehe das da hinten gar nichts, außer Gegner. Ich muss mich zuerst wiederum gewöhnen. Und testen, was ich da finde. Äh, was ich gerade noch nicht getestet habe, ist Tirol, wann gibt es da was? Sieht nicht zu, oder doch? Ah, da wollen wir mal gucken, ob es hier noch Gegner gibt. Das kommt mir ein bisschen versteckter vor als die anderen Sachen, also denke ich mal, dass das der nicht richtige Weg ist, sondern ein Geheimweg. Das könnte auch der Richtige sein, aber hier muss ich es auch nicht sehen. Hier ist es immerhin nachher noch eine Sackgasse. Ah, noch ein Schuh. Das glaube ich, wenn ich richtig finde, die Battle-Armen, Battle-Armen. So viel stärker sind die zwar gerade nicht, aber hey. Besser als gar nichts. Es ist die Frage, wo ich will, ich bin. Ich gebe zuerst mal rechts, weil geradeaus sind die Möhre aus, als ob es geradeaus weitergeht. Okay, hier ist es jetzt aber. Ja, obwohl. Komm, komm mal kurz. Nee. Okay, jetzt ist es ein anderer Weg. Nach außen geht es meistens zum richtigen Weg, deswegen bin ich vorsichtig. Vor allem, wenn es nach oben geht. Geht hier zwar gerade nicht nach oben, aber sowas in der Art. Stop trying to do. Darauf mich zu nerven. Mich zu verarschen, sowas in der Art. Hey. So wie es klingt, hast du nicht gerade viel Glauben an die Göttinnen. Ob ich es habe oder nicht, geht dich nicht an. So, ähm. Es ist... Äh. Halt draus meine Sachen raus. Es ist wirklich, hätte ich wirklich nichts anderes, hast du recht. Du bist frei zu tun, was du willst. Und jetzt, wenn du mich entschuldigst. Du. Diese Junge ist, äh, deine Beziehung nicht wert, kleines Mädchen. Äh, er ist... ...beschädigt. Hm. Was redest du da? Ich empfehle dir, das nicht zu tun. Es ist momentan nicht wert, gegen ihn zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, er ist viel stärker als ich. Oh, hier sah es gerade aus von der Sackgasse. Also, aber doch hier. Ah, ich glaube, das ist gut. Du bist es. Das ist einer unserer Gegner gewesen, richtig? Kennst du ihn? Nein. Aber kümmere dich nicht um mich. Dann... ...du musst das mit dir nehmen. ...wut? Wie? Was? Hä? Warum hat der die schwarze Perle? Was ist das? Aha, es ist eine Fälschung. Komm, ich mach von den Gegnern. Es ist überhaupt nicht so stark... ...wie das Echte, aber es hat, äh, sehr starke Magie in sich. Aber ja, aber warum gibst du es mir? Äh, ich vertraue mir, du würdest es brauchen. Äh, danke, schätze ich mal. Kein Problem. Pass auf dich auf. Äh, es scheint hier, ähm... ...Percupy ist abgelenkt oder so. Ich wundere mich nicht, ob es irgendwas mit diesem Mann zu tun hat. Äh, ich weiß auch, sie brauchen diese schwarze Perle. Äh, ich weiß auch, wie das... ...türich geht auf, wie ich ihn mit dem Mann zu tun habe. Ha, ich hab, die nicht zu tun hat. So, ich weiß auch, wie wir das hier machen. Ich muss ja auch, wie ich ihn mit dem Mann zu tun hätte. ...kriegt die Nieren. Also bei der nächsten Statue kann ich mich wieder upgraden, bin ich schneller geworden Wow Angrösser sterbst, sterbst vor allem Schade, ich hab gedacht ich hätte ihn auch abgetroffen Komm schon Bin einfach drauf, okay Ich hab da unten jetzt nichts gesehen, was mich irgendwo anders entführen könnte Autschi Komm schon Du willst doch nur sterben So, also einmal, der auch Der braucht noch zweifel Oh, geht alles abzacken Ah, ich roll doch gerade Könntet ihr aber nicht aufhören, mich die ganze Zeit zu Äh, ja, vergesst mich, das heisst Ich würde ihm Ein bisschen Aussicht dafür, wenn man den Gegner Sagen ich Schach hält, das heisst, dass er sich eigentlich gar nicht verwegen kann Wir haben wieder ein Level Up Ich werde nicht mehr so aufhören, wenn man ihn mit ihm vorbeigte Er ist schaunig Ich werde nicht mehr so aufhören, wenn man ihn mit ihm verhäst Ich werde mich nicht mehr so aufhören, wenn man ihn mit ihm verhäst Ja, ich dachte gerade, das sieht so aus, ob man hier hinten runter springen kann, aber da habe ich die Stachel noch entdeckt. Ich muss langsam wiederholen. Ich könnte für kurzzeit stehen bleiben, raufen, oder bin schon wieder full live. Wegen items ich kriege. Was musst du gerade runter spielen? Ich dachte, ich würde mich angreifen wollen. Ah, der Bade ist schon bald zu Ende, aber ich sollte auch bald an einem Ort sein, in dem ich bei den Park besuchen. Ah, du schon wieder. Ah, ich wollte gerade... Er macht echt lange in Vorbereitung. Oh, das sind 100 durch. Mit dem aufgesuchtstärkeren... ...Phoenix-Flamme. ... ... ... ... ... ... ... ... schon wieder ein level up so langsam habe ich mir schon ein bisschen Sorgen, was da eigentlich jetzt genau mit dem level up ist ich glaube, ist es mir ein bisschen sehr schnell meine ich erleide nicht mal so viel Schaden, dass ich wirklich sagen kann, ich wäre unterlevelt oh, ich bin wieder außenrum ich glaube, du machst gerade eine Türe auch, also eine Türe, so eine Statue also wenn ich alle von denen besiege oh, meine Stärke ist doch heute kannst du aufhören, ich die ganze Zeit so verarschen danke es lebt noch einer es lebt immer noch einer ja, aber seht ihr das ist genau so wie ich gedacht habe es lebt da oben sogar noch einer fach, das war scheisse okay, jetzt geht das level up nicht mehr ganz so schnell runter ja, es ist egal ja, es ist egal es ist egal es ist egal Die Kristall, ja, ja. Gut, das kennen wir schon. So, jetzt will ich wieder schön diese zwei Sachen upgraden. So, jetzt haben wir eine bessere Verteidigung. Ups. Ah, das Nervste war bei 20.000, hm? Skill recovery, oder... ...Effect of Herbs. Ich glaube, skill recovery, das klingt auch ideal. Es ist kurz krug. Wo ist Max? Okay. Also war ich doch zuerst ein Schlüssel. Das heisst, ich muss vermutlich wieder zurück zu einer Statuen gehen. Mit dieser, ähm... Schwarzen Perlen könnte ich irgendwie was machen. Aber dazu, nächstes Pod mir. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschau.